Was ich lange nicht mehr hatte hier auf diesem Kanal, war ein Betriebssystem vorzustellen, welches auf Debian basiert. Debian ist eines dieser Betriebssysteme, die wirklich die Community auch ein bisschen spaltet. Einerseits wird es hochgelobt aufgrund seiner unglaublichen Stabilität, andererseits aber auch kritisiert durch veraltete Software. Und ein Betriebssystem, welches so einen guten Mittelweg gefunden hat zwischen Stabilität und neuester Software oder neuerer Software, ist Sparky Linux. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also schnappt ihr einen Tee, los geht's! So, bevor wir aber richtig loslegen, hier nochmal eine kleine Werbung in eigener Sache. Jeden Samstag heißt es Zocken am Samstagabend und da spiele ich irgendwelche Spiele und zwar live auf Twitch. Aktuell sind wir bei Portal 2 und das spiele ich auch nicht alleine, denn Portal 2 spiele ich im Koop-Modus zusammen mit quasi einem von euch, der Andi63. Und wir kämpfen uns quasi gemeinsam durch die Testkammern durch. Nächsten Samstag geht es dann quasi weiter, da wir sind ja noch nicht ganz fertig. Wenn auch du mal gemeinsam mit mir spielen möchtest oder eine Idee hast für ein tolles Spiel, welches ich dann ja live spielen kann auf Twitch, dann lass es mich einfach in den Kommentaren wissen oder komm einfach mal direkt Samstagabend mit auf Twitch. Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag! Es ist wieder Sonntag, Zeit für SonntagsOS und heute habe ich mir mal ein Betriebssystem rausgesucht, welches auf Debian basiert und zwar Sparky Linux. Sparky Linux fällt mir immer mal wieder so zwischendurch auf die Füße, sage ich mal, wird hier und da immer mal wieder erwähnt. Und ja, ich habe da einfach mal ein Interesse dran, was Sparky Linux genau ist und was das Besondere daran ist. Es wurde jetzt vor kurzem auch aktualisiert auf eine neuere Version, nämlich die Version 6.4 und ist laut distrowatch.com auf Platz 25 in der Liste hier an der Seite, in der Ranking-Liste. Hier haben wir Sparky Linux. Das zählt allerdings nur die Aufrufe auf distrowatch.com. So, auf der Seite SparkyLinux.org finden wir eine sehr schöne aufgeräumte Website mit einem Blog, möchte ich mal so sagen. Und hier wird dann auch die Version 6.4 angekündigt. Können wir auch mal drauf schauen. 13. August, das war quasi, wenn wir jetzt schauen, ich habe jetzt hier den 14. Das heißt, am Samstag, also quasi gestern, am Tag der Aufnahme, ist das neue System rausgekommen. Und was ist da alles neu? Es gibt natürlich das Debian-Repository, aber auch ein eigenes Sparky, Stable-Repository. Und diese Repositories wurden auf den August, auf dem 11. August geupgradet, sozusagen. Das heißt, die Software, die dann in den Repositories drin sind, sind dann quasi so aktuell Stand 11. August. So, dann der Linux-Kernel wurde ebenfalls geupgradet auf die Version 5.10, beziehungsweise gibt es noch eine Extended-Release-Version 5.15. Das ist übrigens auch den, den ich hier nutze. Das ist quasi das, was bei Arch der LTS-Kernel im Prinzip ist. So, dann gibt es einen neuen Firefox. Die Firefox 91.11 ESR ist immer noch drauf. Das ist ja nicht die aktuellste ESR-Version, aber hier steht auch schon, die Version 102.1 ESR kann direkt aus den Sparky-Repositories heruntergeladen werden, und zwar unter den Namen Firefox Sparky und Firefox ESR Sparky. So, dann gibt es noch diverse Programme, die man dann also hat, und hier wird dann auch gezeigt, wie man das Upgrade durchführen kann, direkt aus Sparky Linux heraus, falls man Sparky Linux schon hat. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen einmal hier auf Download, und können dann hier entweder die Stable- oder Semi-Rolling-Version herunterladen. Rolling bedeutet einfach nur, es basiert eben auf der, oder, ja, basiert auf das Debian-Testing-Repository, ist, die Software ist ein bisschen aktueller, und das wäre dann Sparky Linux Version 7.0. Aber wir nehmen ruhig die Stable-Version, die hier angepriesen wird, und, ja, man wird dann schier erschlagen, wieder von Versionen, die man hier halt runterladen kann. Gehen wir mal ganz kurz durch, also es gibt einmal die Desktop-Oberflächen, nach Desktop-Oberflächen sortiert, LX-Cute, XFCE und KDE-Plasma. Dann gibt es einmal Minimal GUI. Ich nehme mal an, das Minimal GUI wird auch ein XFCE möglicherweise sein, oder sogar ein Open Box, das weiß ich gar nicht so richtig, und Minimal CLI ist quasi nur die Textkonsole. Und dann gibt es hier noch, ja, Non-PAE, das Ganze nochmal, und als ARM mit Open Box und CLI. Das ist dann zum Beispiel für Raspberry Pi zum Beispiel, ne? So, ich nehme dann mal die LX-Cute-Version, weil LX-Cute habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Da wähle ich meinen Torrent aus, weil Torrents, da bin ich dann doch ein bisschen Fan, da die Spiegel-Server entsprechend entlastet werden. Und so kann man quasi auch passiv ein bisschen unterstützen. So, dann erstellen wir eine neue virtuelle Maschine. So, einmal hier. Dann suchen wir uns das frisch heruntergeladene aus. S wie Sparky Linux. Hier ist es. Einmal auswählen. Nichts erkannt. Wir wissen aber, dass es auf Debian basiert. So, dann, ja, meinen üblichen Ressourcen einfach weiterleiten, dass wir hier auch zügig vorankommen. Ich nehme 50 GB. Das denke ich, sollte ausreichen. Und Sparky Linux. So, Konfiguration bearbeiten. Weiter geht's. So, dann machen wir eine UEFI-Installation. Alle anderen Einstellungen können so bleiben. Ich empfehle bei KDE Plasma und bei LX-Cute immer als Videotreiber den WIRT-IO-Treiber auszuwählen, wenn nicht schon geschehen. Und nicht etwa zum Beispiel den QXL-Treiber. Denn es kommt immer wieder zu Anzeigenproblemen und Skalierungsproblemen unter QXL. Deswegen der WIRT-IO-Treiber ist immer eine gute Wahl. Gut, dann einmal Installation beginnen. Und dann installieren wir mal Sparky Linux. So, wir haben jetzt hier das Grub-Menü. Und hier habe ich schon die Möglichkeit, Sprachen auszuwählen. Das ist doch schön. Gehen wir doch mal auf More Languages. Und dann auf Sparky Linux German. Da einfach mal drauf. Und schon lädt das Ganze. So, und schon sind wir hier auf der Live-Umgebung. Und es hat sich so ein Welcome-Fenster geöffnet. Das schauen wir uns aber erst nach der Installation an. Zuallererst möchte ich den Installer starten. So, hier fragt er auch. Der Sparky Installer scheint ein Arbeitsflächeneintrag zu sein. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön, dass er einfach auch nochmal hinweist, dass es sich hierbei einfach nur um eine Verlinkung handelt. Und ich sage, ich möchte ausführen. So, da haben wir hier den Calamares-Installer. Das ist immer eine sehr, sehr gute Wahl. Denn der ist wirklich sehr, sehr toll und sehr, sehr benutzerfreundlich. Dann einmal weiter. Die Tastatur, das haut so hin. Da können wir weiter. Dann Festplatte löschen. Und wir können hier dann mit Auslagerungsdatei oder Swap arbeiten. Ich wähle jetzt kein Swap aus. Ich will keins haben. Man kann auch hier wieder die Festplatte verschlüsseln. Ja, das bietet sich halt auch immer wieder an. Gerade auf Notebooks. Und so wird das Ganze dann hier omatiert und partitioniert mit EXT4. So, wir machen weiter. Dann einmal einen Benutzer anlegen. Hier haben wir Barkibox. Dann ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzertyp. Und hier ist automatisch ein Häkchen drin bei automatisches Einloggen. Das halte ich für extrem fatal. Ja, denn wozu braucht man ein Passwort, wenn man sich dafür nicht einloggen muss? So, dann einmal weiter. Hier nochmal die Zusammenfassung. Das ist auch soweit richtig. Hier unten sieht man auch nochmal die Aufteilung dann der Partition. Und wir sagen installieren. Und dann heißt es einfach abwarten und Tee trinken. So, alles erledigt. Sparky Linux wurde installiert. Und wir können jetzt neu starten. Das machen wir auch gleich mal. Und hier haben wir dann das Grub-Boot-Menü. Sieht sehr, sehr schick aus. Und da können wir dann direkt laden. Und hier sieht man auch schon den Anmeldebildschirm. Das ist wirklich ein sehr schöner SDDM-Anmeldebildschirm. Sieht so ein bisschen blass aus alles. Das scheint aber wohl so gewollt zu sein. Das ist, ja. Aber jetzt ist es wieder alles hell. Sehr gut. Und ja. Da sind wir dann auch schon drin. Und es öffnet sich das Welcome-Menü. Das wäre der Welcome-Bildschirm. Und hier ist auch schon alles auf Deutsch. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich noch fix meinen Bildschirm konfigurieren. Und zwar die Auflösung Full-HD. Anwenden. Jawohl. Und schließen. Ich nehme an, das Reich kann sein, dass wir das nach einem Neustart nochmal einstellen müssen. So. Schauen wir uns doch mal das Welcome-Menü an. Ich kann hier sogar Vollbild machen. So. Hier sagt er mir auch gleich, Updates sind verfügbar. Ich könnte das System-Upgrade-Tool starten. Das will ich jetzt noch nicht. Das gucken wir uns dann gleich an. Und zuerst möchte ich mal das Welcome-Menü durchlaufen lassen. Mal durchgehen. Das Welcome-Menü ist tatsächlich nur auf Englisch verfügbar. Also da ist es dann nicht auf Deutsch übersetzt. Möglicherweise kann man da aber auch sich daran beteiligen und an der Übersetzung mitarbeiten. So. Hier geht es direkt zur Homepage, dem Forum und dem Wiki. Ich gucke mal schnell, was das Wiki so alles macht. So. Not now möchte ich jetzt nicht. So. Das ist ganz normal ein wunderschönes, ja, Open-Wiki werbefinanziert. Sehr schön. Nein. Das ist aber völlig in Ordnung. Und wenn ich es zumache, dann öffnet sich der Welcome-Screen wieder. Okay. Sehr gut. Dann gibt es direkt hier einen Zugriff auf das Git-Repository. Und das finde ich wirklich sehr, sehr toll. Hier gibt es also mehrere Leute, die daran beteiligt sind. Das sehen aus, vom Namen her würde ich jetzt sagen, das sind polnische, ja, Warschau kommt da und hier auch. Da gibt es noch Pavel und Pyotr und dann hier noch Lami 07. Und ja, hier kann man dann sich tatsächlich mit dran beteiligen. Einfach das Git-Repository seiner Wahl einfach forken zum Beispiel und dann einfach mitmachen. Das geht dann super einfach. Und dann kann man sich hier direkt bei Sparky Linux mit einbringen. Sehr schön. Super. Machen wir mal weiter. Dann kann man noch spenden. Es gibt ein App-Center. Da möchte ich gleich mal hin. Das nennt sich Sparky Aptus App-Center. Sehr gut. Dann gehen wir da mal zum Aptus App-Center hin. Das interessiert mich sehr. Zuerst werden die Paketlisten aktualisiert. Und hier haben wir auch schon das Design, ähnlich wie beim Willkommens-Bildschirm. Da hat man dann hier wunderbar die Applikation, die man hier dann entsprechend heraussuchen kann. Ich gehe mal hier auf File Managers. So, dann kann man dann hier alles herunterladen, was man haben möchte. Das ist ja wirklich wunderschön gemacht. Sehr, sehr schön. Natürlich auch hier alles auf Englisch. So, hier wird dann auch nochmal bei Info beschrieben, was das genau ist und wie es funktioniert. Und auf welche Sprachen das Ganze installiert ist. Und tatsächlich, wie man hier sieht, es ist sogar Chinesisch, Russisch, Polnisch, Italienisch und so weiter, Spanisch. Hier steht auch Deutsch. Allerdings ist das Ganze hier noch nicht auf Deutsch übersetzt. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht irgendwo einstellen kann, dass das Ganze dann hier auf Deutsch angezeigt wird. Install Language Package. Ah ja, okay, perfekt. Das können wir ja mal machen. Aptus App Center Locale will install Missing Locale Packages. Also hier werden dann noch fehlende Sprachpakete dann nachinstalliert. Und das nehmen wir doch mal gerne in Anspruch. Wir schauen mal, ob wir hier irgendwo German haben. Deutsch, German. Hier. Deutsch, German. German, German. Okay. Okay. So. This will check und so weiter. Okay. Und ja, dann warten wir mal kurz ab. Okay, dann installiert er die Sprachpakete von den Softwarepaketen, die bereits installiert sind. Fertig. Dann hat er das jetzt installiert. Aber das App Center ist immer noch auf Englisch. Aber ist ja halb so wild. So, hier kann man dann, wie gesagt, dann verschiedene Pakete dann runterladen. So, der Reiter Aptus. Da kann man tatsächlich dann so administrative Sachen mit dem System machen. Sehe ich hier gerade. Man kann die Repositories editieren. Man kann von hier aus auch ein Terminal öffnen. Wie gesagt, die Sprachpakete installieren. Das haben wir ja gerade schon gemacht. Direkt Pakete aus dem Repository installieren und so weiter. Und eben auch ein Full-System-Upgrade machen. So, hier gibt es dann das Upgrade-Tool. Das nennt sich Sparky Aptus Upgrade. Das hatten wir ja eben gerade so ähnlich. Das werde ich jetzt einfach mal ausführen. Jetzt werden dann nochmal die Paketlisten synchronisiert. Und dann kann ich jetzt hier einmal Upgrade durchführen. Es wird gar nicht so viel heruntergeladen. Das ist im Prinzip ein ganz normales Sudo-Upgrade im Prinzip. Und dann wird das einfach installiert. Ohne, dass man da selber im Terminal irgendwas machen muss. Und dann wird das nochmal synchronisiert und verglichen. Und fertig. System ist auf dem neuesten Stand. Jetzt werden hier nochmal die Locals entsprechend nachgerüstet. Dadurch, dass er die Pakete geupgradet hat, möchte er dann auch nochmal die Locals nachladen. Also die Sprachpakete. Nur für den Fall der Fälle, dass diese sich geändert haben oder noch nicht ganz vollständig sind für die abgegradeten Programme. So, das ging dann aber recht fix. Hier können wir doch nochmal About. Da können wir doch das ganze System auch nochmal anschauen, was wir dann hier so haben. Und dann haben wir auch eine System-Info. Das ist besonders dann wichtig im Support-File, falls man da mal Probleme hat und man Hilfe benötigt. Und dann gibt es hier noch Backup. Und ja, Sparky Backup, das ist dann nochmal so ein extra System, was man dann installieren kann. Gut, dann hier unten gibt es dann noch Links zu Facebook, Twitter und so weiter. Maybe Community, Telegram, sogar Mastodon ist quasi die Twitter-Alternative. Und Wikipedia. Ein Element-Raum gibt es nicht. Das ist ein bisschen schade. Oder ein Matrix-Space quasi. Falls du Teil der so ein Typ im Internet-Community sein möchtest, dann komm einfach in den Matrix-Space von mir, von so einem Typ im Internet. Link ist unten in der Videobeschreibung. Einfach kurz einen Account anlegen und dann bist du mit dabei. Das ist eine wirklich tolle Community. So, dann gucken wir mal weiter. Das ist auch hier unten nochmal das Upgrade. Okay, da kann ich jetzt aber abbrechen. Okay, also hier unten ist ein Symbol. Das ist dann auch nochmal das System-Upgrade-Tool, was wir eben hatten. Und hier gibt es dann zwei Bildschirme, also zwei Desktops, die man hin und her schalten kann. So, dann wollen wir mal schauen. Insgesamt merke ich, dass das wirklich ganz luftig, fluffig läuft. Das ist sehr, sehr schnell. So, LibreOffice ist quasi vorinstalliert. Und wir schauen mal, welche Version über. So, hier, Version 7.0 ist also gut aktuelle Version. Also es ist nicht die älteste. Die ist also dann doch schon ein bisschen aktualisierter. Ist ja klar, die Paketlisten sind von August diesen Jahres. So, dann haben wir einen Icon-Browser. Ist bei Entwicklung mit integriert. Bei Grafik gibt es Bildanzeigeprogramme und so weiter und ein Scan-Programm. Internet haben wir Firefox ESR. Das ist also standardgemäß installiert und zwar in der Version 91.12. Aber wir können auch die Version 102 ESR installieren. Dazu benötigt es ein Terminal, welches wir mal fix suchen. Wir nehmen das Q-Terminal. So, und zwar mit sudo apt install firefox-esr-sparky. Da gibt es ja ein speziell für Sparky gepacktes Firefox ESR-Paket, das dann eben hier, sieht man es schon, auf die Version 102 upgradet. So, dann kann ich das den Firefox hier mal fix im Hintergrund wieder zumachen. So, und dann finden wir hier unter Internet dann zweimal den Eintrag Firefox. Einmal Firefox ESR und Firefox ESR Mozilla Bild. So, damit ich aber hier nicht jedes Mal suchen muss, kann ich dann zum Beispiel sudo apt purge und dann firefox-esr einfach löschen beziehungsweise deinstallieren. Weil ich brauche ja keine zwei Firefoxe, Firefüchse, sondern nur eines. Und das ist dann dieses hier. Ja, der ist jetzt neu, der ist auch noch auf Englisch. So, und hier haben wir dann die Version 102.1 ESR. Und ja, wenn man dann hier einfach die, in den Einstellungen kann man dann einfach hier lang eingeben, dann kommt man auf die Sprachen und dann kann man hier entsprechend die Sprachen hinzufügen. Deutsch, OK. Hier, so, und fertig, dann ist das Deutsche eingestellt. Und bei Symbolleiste anpassen, da kann ich dann zum Beispiel oben die Titelleiste wegmachen, dann sieht das Ganze ein bisschen aufgeräumter aus. Und schon habe ich den Firefox komplett auf Deutsch und hier wirklich so, wie ich ihn gerne haben möchte. Sehr gut. Und ein bisschen neuer in der Version. So, machen wir mal weiter. Wir können das Programm beenden. Jawohl. So, dann Internet haben wir jetzt. Conversation und Kopiete sind als Messenger-Dienste mit drin. Dann gibt es Persepolis, den Downloadmanager, QuietRSS, RiseUp, VPN. Das ist interessant. Das kenne ich jetzt noch gar nicht. Ich will mal schauen, wie das funktioniert. Hier können wir Pick Location machen. Manual. Und dann kann ich jetzt hier gucken, wo ich denn mich hinverbinden möchte. Gehen wir mal nach Paris. So, also nach mehrfachen ausprobieren und deinstallieren, neu installieren und so weiter, konnte ich RiseUp VPN nicht zum Starten bringen. Also der hat dann versucht, den Mod zu verbinden, aber der hat die Verbindung nie durchgeführt. Und jetzt macht er quasi gar nichts mehr. Also ich kann jetzt hier auch Turn On und da passiert nichts. Er bleibt jetzt auf Off. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht oder so. Wer weiß. Du kannst mir hier mal in die Kommentare schreiben, ob du es hingekriegt hast, ob du RiseUp VPN zum Starten kriegst. Und falls du ein Arch-basierendes System verwendest, RiseUp VPN gibt es auch im Arch User Repository. Gut, wir schauen mal weiter, was wir dann hier noch so haben. Thunderbird ist mit drin. Hier gibt es noch ein Web. Das ist dann ganz normal Gnome Web, so wie es aussieht. Das ist ja ein ganz einfacher Webkit-Browser, basierend allerdings noch auf der sehr alten Gnome-Engine oder alte Gnome-Version 3.38. Ist natürlich stabil. So, dann weiter. Wir haben noch Qubit Torrent, dann als BitTorrent-Client. So, Systemwerkzeuge. Da haben wir einmal das Uptus App Center drin. Das hatten wir ja eben schon gehabt. Gdebi Paket-Installationsprogramm. Das ist ganz normal, weil Sparky Linux basiert auf Debian und man kann natürlich Debt-Pakete installieren. So, das Terminal hatten wir eben. Das ist das Qt-Terminal. Und dann haben wir noch Timeshift tatsächlich. Und dann kann man dann Snapshots errichten via Async. Denn Sparky Linux ist, ja, wobei ich das jetzt mitgekriege, kein ButterFS-System. Ich glaube, man kann das aber auch manuell auf einem ButterFS-Datei-System dann installieren. Und dann würde das auch über ButterFS laufen. Ich mache jetzt einfach Beenden und richte das jetzt nicht ein. Ein anderes Schnappschussgerät nicht ausgewählt. Nein, wir wollen kein anderes auswählen. So, dann, es gibt ein USB-Formator-Tool. Hier kann man dann auch nochmal Zugriff dann auf das Welcome-Menü haben. Und dann gibt es hier noch einen M-Tray. Ich nehme mal an, ach, das ist der Netzwerk-Manager. Okay, da mache ich jetzt einen wieder beenden. So, das ist also Netzwerk-Manager. Und dann gibt es noch QPS. Das ist, ja, so wie es aussieht, ein Visual-Prozess-Manager. Sehr schön. Also sowas wie H-Top, nur halt in, ja, ein bisschen moderner quasi und nicht rein Text-Konsolen-basiert. Ist auch sehr nett. Ist auch eine sehr schöne Idee. Kann man dann hier entsprechend das Ganze so darstellen lassen, wie man es denn haben möchten. Sehr gut. Kannte ich noch nicht. Ist auch nett. Gut, dann gucken wir mal weiter. So, dann haben wir bei Unterhaltungsmedien den Clementine Audio Player Radiostationen. So, VLC Media Player ist standardgemäß vorinstalliert. Das ist sehr, sehr schön. Und dann gibt es hier noch ein, ja, Screencast-Tool und Webcam-Tool und ein Brennprogramm. So, und bei Zubehör gibt es dann halt noch den, äh, das Feather-Pad, was quasi ein einfacher Text-Editor ist. Und einen Taschenrechner gibt es auch noch. Ein paar Einstellungen. Die Synaptics-Paketverwaltung ist mit dabei. Und ja, der Settings-Manager. Ja, das war es auch schon mit Sparky Linux. Mehr gibt es hier tatsächlich nicht zu sehen. Sparky Linux ist wirklich ein sehr, sehr schönes, eine sehr, sehr schöne Debian-Alternative, will ich mal sagen. Oder ein sehr, sehr schöner Debian-Fork. Denn, äh, dieser ist wirklich sehr, sehr schlank, super schön stabil, ohne aber so verbohrt und veraltet zu sein, wie eben Debian, möchte ich jetzt mal sagen. Und gerade Debian lässt sich immer sehr, sehr viel Zeit mit der Aktualisierung von Software. Und Sparky Linux löst das Ganze dann eben auch mit eigenen Repositories und bietet somit einen wirklich sehr gesunden Mix aus beiden. moderner Software und auch Stabilität. Finde ich sehr, sehr gut. Damit ist Sparky Linux eben aufgrund seiner Schlankheit quasi auch auf, ja, gut älteren Rechnern nutzbar. Äh, aber eben auch auf modernen, großen Rechnern. Und man kann dann quasi die Ressourcen, äh, für Dinge verwenden, die wirklich wichtig sind. Und eben nicht für das Betriebssystem, was dahinter läuft. Und, äh, damit ist Sparky Linux tatsächlich eine richtig tolle Empfehlung von mir. Du kannst ja mal runter in die Kommentare schreiben, ob du schon Erfahrungen mit Sparky Linux hast. Oder vielleicht eine Alternative zu Sparky Linux, äh, hast, die ich mir anschauen sollte. Alles in allem wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagnachmittag. Ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Dasız Rock Wirkliche 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 Ich bin ja nur so gerne unten.